So, nächster Part, wir haben gebrochen, wir sind immer noch fleißig am ernten, zwischenzeitlich ist auch Hida noch gekommen, der aber nicht gerne spricht, hallo, jetzt spricht er auch und Smirnoff ist auch noch da, ne, immer noch, immer noch, immer noch am ernten, ich habe leider keine anderen gefunden, deswegen bin ich wieder hier, ja, beutet mich ja noch nicht genug aus, ne, wir geben aber schon unser Bestes dich auszubeuten, merkt das schon, ich komme noch nicht mal zum Burger essen, wie zum Burger essen, naja, Burger King, nach Arbeit muss man was essen, oder? Ach stimmt, ja, aber du hast doch gerade was vom Essen geredet und nicht von das da, welcher vernünftige Laden hat denn bitte nach 22 Uhr noch offen, also hier in Hamburg, was, Subway? Subway hat nach 22 Uhr noch offen, ich habe gesagt, wäre ja vernünftige Laden, ich Subway, Kentucky Fried Chicken, haben wir leider nicht in der Nähe, die sind aber viel zu teuer, ey, ja, ich finde KFC extrem teuer, keine Ahnung, aber meine Freundin hat heute so richtig schönes Steak gekauft, richtig große Klopper, die werden erst mal morgenschön vernichtet, tja, ich weiß, ich höre euer Neid schon, ich habe mal Spaghetti Bolognese, Spaghetti Bolognese, ey, das sind 500 Gramm Steaks, ey, also Kindersteaks, ja, was für ein hohlen Zahn ist das ja, wir sind zu zweit und haben drei Stück, jetzt kannst du ja mal überlegen, wer zwei Stück isst, deine Freundin, was, ihr habt drei Stück und seid zu zweit, ja, würde ich mal sagen, deine Freundin hungert, oder? oder haben sie einen Hund, oder euch, oder alle drei essen, nee, wir haben zwei Katzen, ja, dann teilen die sich halt, das sind, nee, das sind schon, das sind schon echt Mörderklopper, oh, ich glaube, Smilnoff ist gleich wieder voll, sieht zumindest so aus, als wenn er gleich voll wäre, wievielte Folge ist das jetzt eigentlich? die fünfte oder sechste, ich weiß es nicht, Wohin haben wir zwei aufgenommen, gerade eben nur eine, das müssten jetzt eigentlich die dritte, vierte Folge sein, wenn man noch die anderen zunehmen, dann ist es die sechste Folge. Ja, siehst du, habe ich gut geraten, ne? Auf der Hand hier geschrieben wahrscheinlich. Ja. Ich wollte den einen Part eigentlich hochladen schon, aber dann meint es mir noch, er müsste jetzt wieder nach Hause kommen und wäre bereit zum Spielen. Ja, man muss ja noch Geld verdienen gehen. Stimmt. So, was haben wir denn jetzt hier, nee, ich hebe ich mal auf. Was hebst du denn auf? Ein Big King, ich hatte gerade das ein. Alter, wie viel futterst du denn rein in dich ein? Ich habe hier vier Burger und ein Pommes liegen. Krass. Ich muss mich jetzt entscheiden zwischen einem Chili Nucket Burger und einem Nucket Cayenne Burger. Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Ja, ich würde beide in den Mülleimer werfen. Nee, ich finde den Chili Nucket Burger eigentlich ganz geil. Nee, der kleine ist aber schön scharf, finde ich. Ja. Oder wie die die es nennen, schön würzig. Würzig im Abgang, ne? Hm. Ja, langsam arbeitslos, hier gibt es so wenig noch zu ballenmäßig zu machen. Dann kannst du ja mich gleich wieder, äh, wieder leerpumpen. Und ich bin gleich wieder voll. Bei 78%. Wo soll ich überhaupt die, die das hier hinbringen, wenn das dann mal irgendwann voll ist, das Ding? Hm, äh, zu den Kühen. Du jetzt mal so, als wenn ich wüsste, wo die sind. Gut. Da passt es ja. Die sind bei Feld Nummer 20 unten. Oder habt ihr noch so ein zweites Ballending? Nö. Nee. So viel Geld hatten wir nicht. Arme Schlucker sind wir. Ja, wir haben zwar reich geerbt, aber wir haben sehr viel Geld ausgegeben. So, ich bin gleich voll. Jetzt bin ich voll. Du bist auch voll. Ich glaube, die Ballen sind auch voll. Ja. Von wegen zu wenig. Glaube ich. Ja, der ist voll. Von wegen zu wenig Arbeit, ne? Ich bin immer noch unterbezahlt. Ja. Warte. Ich will jetzt mindestens so viel Geld jetzt drauf liegen haben, als wenn ich einen Lotto und einen Sechser gewonnen habe, ja? Und das war ein Sechser im Lotto ohne Zusatzzahl. So, und 50.000 andere Gewinner gleichzeitig mit, ne? Richtig. War eine ganz komische Lottoziehung. Haben wir wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 gezogen, ne? Richtig. Richtig. Ich glaube, der Überladewagen ist gleich voll, ne? Was? Sei mal nicht so produktiv. Entschuldigung. Ich gebe mein Bestes. Warte, ich kipp's nochmal aufs Feld, dann kannst du nochmal drüber auffahren. Warte, ich komme kurz mit zum LKW gefahren. Dann lade ich da meinen Rest aus. Ich glaube nicht, dass das noch in den LKW alles reinpasst. Nee. Du kannst ja an mich reinhauen, während ich das in den LKW reinhauere. Ja, warte mal, warte mal, das machen wir jetzt mal. Warte, 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 warte. Ich komme kurz ran hier. Lädst du schon aus? Nee, ne? Ja, ja. Achso. Gerade so. Der LKW kippt gleich zur Seite um den Jim. Ja, was... Ja, man kann auch eine Kette von Überladewagen bis in die Base, also bis in den Bauernhof machen. Du musst nicht mehr fahren. Ja. Schreck dich mal an, ich entlade schneller, als ich von D-O-B-Lade. Ach, der LKW ist voll. Der LKW ist voll, ich wollte gerade sagen, aber ich bin jetzt leer. Der LKW nicht. Hat sich doch gelohnt. Aber den kann ich jetzt wegfahren, ne? Ja. Oder muss ich den jetzt auch noch irgendwo überladen für dich? Ja, muss auch noch. Aber ich habe ein anderes Problem. Das ist so ein gigantischer LKW. Das ist ein Problem, hast du ja. Ich bin voll, aber ich bin nicht vom Weltendern gelangt. Scheiße. Der Überladewagen ist noch ein bisschen was Platz, da kannst du reinkippen. Ja, aber ich muss dann quasi, wie weit ich zurückfahren muss. Ich komme kurz zu dir hingefahren. Verdammt, hier ist ja auch keine Straße, wo ich abbiegen wollte. Wir hätten beinahe kein Haus mehr gehabt. Das wäre schlecht gewesen. Ich hätte dich vom Lohn abgezogen. Welcher Lohn? Du hast gesagt, welcher Lohn denn, bitteschön? Ja, hätten wir uns was einfallen lassen. Der muss doch schon was zahlen, wenn er hier arbeiten will. Ah, der sagt doch sowieso komisch. Ja, stimmt. Richtig. Da war ja was. Jetzt muss ich einfach nur das ganze Feld rumfahren. Ja, deswegen sage ich ja, ich stehe richtig bescheiden hier. Ja, warte, ich komme hinten rangefahren jetzt. Ich komme hinten rum. Erst fünf Minuten online wird ein Skype zugebombt von Nachrichten. Das ist ja herrlich. Soll ich sagen, bei mir blinkt unten rechts die ganze Zeit die Anzeige, dass irgendwann online gekommen ist. Ich sehe nie, wie viel Sprit ich habe. So, mal gucken. Wer will denn diesmal was von mir? Beifer hinter mich. Komplett gerade. Nein, gerade hinter mich. Hinter gerade mich. Nein, gut. Beifer, ganz gerade hinter mich. Ganz gerade hinter die Hände fahren? Ja. Mach ich eben. So weit außen, wie es möglich ist. So, wie fahren wir denn jetzt überhaupt? An Weizen oder wie viel Kuh? Nee, Gerste ist das doch, was wir hier abbauen. Gerste. Ja, Gerste, mein ich doch. Im Silo, müsstest du nachgucken. So, jetzt stehe ich hinter dir. Perfekt. Was hast du denn vor? Ach, du willst wenden. So, bei Feld 20 habt ihr gesagt. Es hat Vor- und Nachteil so ein großes Rohr. Das ist gerade dein Nachteil. Definitiv. Du musst in Feld 20 ungefähr, ist das unten? Im Süden? Ähm. Ja. Ich kann nur bis Feld 18 gerade da runter gucken. Ja, musst du 9 drücken. Ich habe schon groß gemacht. Das ist das Problem. Weiter kann ich nicht rauszoomen. Achso. Ja, so unten im Süden. Direkt ziemlich in der Mitte. So bei Feld 15 ein Stück runter noch. Soll aber gleich voll sein, oder? Ja. Ja, das Q-Symbol muss ich hin, ne? Ja, genau. Und dann einfach erstmal hinschmeißen? Oder irgendwo besonders? Nee, erstmal einfach hinschmeißen. Dann seid da ja du noch Heuballen drauf hast. Dann müssen wir die eh erstmal sortieren. Also einfach abladen würde er erstmal. Also auch nicht, nur nicht reinstellen in die. Okay, ich schmeiß einfach hin und dann müsst ihr damit klarkommen. Ja. Ja. Gut. Wir müssen halt irgendwo am Rand, dass man nicht gleich dagegen fährt. Roten häubern und da ein Stück und da oder ein bisschen was. Dass wir ihn wenden, war hier glaube ich keine so gute Idee. Na, wobei. So, mal gucken. Doch, hat geklappt. Und wo hast du den LKWs hingestellt? Der steht unten am Feld bei euch gleich. Ah, super. Ach, da steht er, ja. Alles klar. Ich stelle die Heuballen ungefähr da ab, wo dieses kleine überdachte, was weiß ich, was das ist. Der Stall? Das könnte ein Stall sein, ja. Stell dich dahinter ab. Da stehen auch zwei von unseren Fahrzeugen irgendwie. Ja, da passt. So, wie funktioniert das denn jetzt hier? B. Hey, das war der falsche B-Knopf. Hast du mehrere B-Knöpfe? Ah, auf O. Nee, das war jetzt. Ich hätte vielleicht rückwärts ranfahren sollen, wenn du das jetzt so ablädst. Naja, zu spät. Du musst sowieso, ja, das hast du alles raussuchen, was was ist. Ja. Kein Problem. Warm? Hm, ich bin gleich wieder voll. Achso, ich kann jetzt noch rumfahren, na cool. Dann fahr ich doch noch. Achso, du bist gleich wieder voll. Ja, warte, dann komm ich gleich. So, wieder 75%. Ja, 75% kann ich auch noch ein bisschen anfangen hier. 80%. Ja, ich komm gleich hingefahren. Jetzt sind wir wahrscheinlich jetzt hier dann jetzt gleich wieder da. Bin auf dem Weg zu euch wieder. Was siehst du? 90%. Ein Wettlauf gegen die Zeit. 95%. Ich muss noch ganz kurz auf den Descript gucken, wer mich da dran schreibt, die ganze Zeit. Und ich bin voll. Ja, warte, ich komm rum. Äh. Ich sehe die Falsche genommen hier. Ah, ich sehe die Falsche. Ich muss eben die Überladewagen noch leer machen wieder. Hast du wirklich leer machen? Nee, nee, alles gut. Ich habe jetzt schon den Überladewagen wieder geholt. Ha, es schwillt mit Speed Limit von 55. Als ob das Ding so schnell fährt. Ja, die nicht. Oh, ich habe bergab Rückenwind unerhundert erschiebt. Ja, dann kommst du gut voran. Seht ganz von Weitem schon euch dastehen, wie ihr nichts macht. Was? Na ja, das ist anstrengend, nichts zu tun. Du weißt nicht, wann du fertig bist. Genau. Du weißt, dann nimmt die Schippe nur halb so voll, wenn die Arbeit reichen soll. Ich sage nur immer ABM. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Da ist ein Stein. Oh, den Stein musst du aufheben. Dann wirst du den Stein wieder hin. Oh, da liegt ein Stein. Stein musst du aufheben. Stein wirst du wieder hin. Oh, da liegt ein Stein. Stein musst du aufheben. Das dürfte eigentlich alles nur gelbes Heuer sein, was ich jetzt einsammle. Ja, ich glaube auch. Alles nur Stroh, ja. Mich hat es nur gewundert, dass mittendrin hier nochmal ein grünes lag, obwohl ich jetzt hier am Feld das Zeug zusammengekehrt habe. Ja, weil du es noch drin hattest, wenn du Ballen presst, bleiben hinten immer zwei Ballen eins bis zwei Ballen immer drin. Achso, das ist gut, gut. Komm, jetzt sammle das Ding ein. Geht auch. Mist, jetzt muss ich eine kleine Spur nochmal neu fahren. Weil das von der Breite ja nicht passt. Ach, da sind noch ein paar Ballen. Nussst du mir noch? Hä? Du hast gefuscht. Ich bin Kerzengerade. Muss mal gucken, wie Kerzengerade ich da bin. Also wenn ich hier die eine kleine Spur noch sehe, dann... Ach, du hast nur einen Knick in der Optik. Da steht noch das... Die Gerste. Oder meinst du, ich habe hier einen Gerstenkorn im Auge? Na klar. Ja. Gerade drin gehüpft vom Feld. Ja, ja. Und zu dieser Jahreszeit sind die sehr aggressiv, die Kerzenkörner. Das stimmt, die springen nicht an. Überfallen. So. Ach, Experten gibt es hier. Das ist ja herrlich. Hier hätte ich eigentlich den Strohex mal ausmachen können. Naja. Egal. Oh, man geht wieder ins Spiel rein. Dann fängt es mir so an, es wieder zu schreiben. Ja. Ah. Einfach ignorieren. Außer sie sieht gut aus. Aber schon wieder 50%. Ich habe 61%. Aber ich fahre jetzt gerade vorbei am Überladewagen. Deswegen passt sie hier ganz gut. Ah, ich habe jetzt auch 61%. Ja, ich lade hier gerade fleißig ab. Ja, dritt wäre es noch schneller gegangen hier auf dem Feld. Oder hätten wir noch ein paar Endhelfer gebraucht. Wobei, hätten wir eigentlich Helfer einstellen können. Naja. Ja, ist doch mal so. Und bei André ist doch da. Könnte einer auf jeden Fall abtanken. Einer gepfressen. Ja, ich glaube André wollte was mit seiner Freundin machen. Immer so übertrieben. Eine richtig gute Freundin, die würde mitzocken. Ja. Ja. Zumindest meine damalige Freundin. Freundin, Freundin, Freundin. Freundin. Damalige, 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 damalige. Die hat gesagt, alles klar, ich zocke mit. Die war auch gar nicht so schlecht. Ja. Kann ich mir vorstellen. Hm, ich habe 99%. Ja, warte, dann komme ich kurz. Du bist die 99%. 99%. 99%. Schluss bei uns. Nee, bloß nicht anfangen zu singen. Ja, schnell. Auf, manu. Dann let's play und nicht let's singen. Ach. Soll ich jetzt hier indirekt für Supertalent schon bewerben. Supertalent ist doch der letzte Scheiß. Wenn schon, DSDS. Ist das nicht dasselbe, nur in Blau? Nein. Ist es nicht. Aber im Kaffeex-Effekt gewinnt doch bei beiden einer, der singt und nicht der irgendein Talent hat. Vor allen Dingen finde ich lustig, dass bei den Bösen Onkels ja das gesagt wird. Kommt mal mit. Ja, warte. Was wird bei den Bösen Onkels gesagt? Von Bösen Onkels gibt es ein Lied. Das fängt ja mit Superstar-Einfallspinsel. Ich hab, ich höre ihn ja nicht. Das muss ich mal anhören. Ist ja lustig. Ja, ich höre mich nicht so. Da singt er auch unter anderem. Ich will Mädchen, Möps und Millionen. Mich soll der Bohlen holen. Das ist doch geil. Machst du dich aber ein halbes Jahr lang zum Fernsehen erstmal zum Ei und dann bist du so zwei Monate vielleicht berühmt. Nicht mal einen Monat berühmt. Ja, eigentlich bin ich schon am nächsten Tag vergessen. Von den ganzen Vögeln, die da gewonnen haben, nur ein einziger hat es wirklich zu etwas gebracht. Auch nicht viel, aber wenigstens etwas. Und zwar das Superbobbelche. Wer was? Das Superbobbelche. Kenn ich nicht. Das ist nicht das Superbobbelche? Eie, oie. Wer ist denn das? Der Marc Medlock. Achso. Davon erhört man ja auch in letzter Zeit wenigstens. Nein, aber der macht wenigstens noch Auftritte und sowas. Aber woran merkst du, wenn du bei Deutschland so einen Superstar gewonnen hast und du bist nicht mehr in? Du bist eindeutig beim Promi-Dinner dabei. Dann merkst du, du bist nicht mehr in. Ja. Ja, oder du hast dich irgendwie in den Dschungelcamp verirrt. Und, naja. Kann, ja. Könnte auch sein, ne. Du weißt, warst du mal aus. Aber der Kübelböck, der hat ja noch haufenweise Schotter und eine eigene Firma und alles, mittlerweile. Wahrscheinlich muss man doch Zweiter oder Dritter werden, um richtig viel Geld damit zu machen. Ja, damit du nicht beim Knebelvertrag beim Bohlen hast. Der Kübelböck, ja, ja. Der Gurkenrennlasterfahrer. Äh, da haben sie letztes Mal ein Bild gezeigt. Ja, kennst du nicht mehr Wittra? Kennst du auch nicht wieder. Er sieht jetzt auch, ich muss sagen, er sieht gut aus. Er sieht jetzt wirklich aus wie ein Mann, was man früher sich gerät hat. Ja, er sieht gut aus. Früher sah es ja aus wie, was ist das? Woher kommt das? Wie kann ich es töten? Genau, wie kann ich es töten? Ich glaube, ich bin hier im Homo-Channel, wie ihr landet, ey. Soll ich euch alleine lassen, euch beide? Wollt ihr euch ein Zimmer nehmen oder so? Warum? Na ja, wenn ihr jetzt hier so eure Männerfantasien hier freien Lauf lasst, ne? Ich frage ja nur. Das kommt halt, wenn ihr nicht schon wieder Überlänge bei der Folge habt. Nein, wir haben 18 Minuten. Überlänge gibt es ja noch nicht. Warum sind nicht denn am letzten Mal die paar Minuten dabei? Ja, die letzten Minuten dabei. Hida? Bei was? Wann? Wo? Nee, die Hida war gestern dabei, als wir Bäume gefällt haben. Habt ihr aufgenommen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir es aufgenommen haben. Ich glaube schon, ja. Wir haben alles aufgenommen. Ja. Ja, gut. Wir nennen es einfach, wir haben die Suchbäume zu gefällt, oder? Wir haben die Suchbäume zu gefällt, oder? Oh mein Gott. Ja, alles. Wir haben alles. Ich würde mal sagen, der ist... Ich bin im Big Brother gelandet, eindeutig. Jetzt bin ich nicht mehr hin. Ach, Big Brother ist ein Scheiß gegen uns. Ja. Ihr seid die NSA. Die NSA, die hat bei uns... Upsach, die NSA hat bei uns gelernt. Stimmt. Sie wollten eigentlich von den Besten lernen, aber dann sind sie doch zu uns gekommen. Ja. Bei den Allerbesten, ne? Ja. Wie gesagt, die wollten es, aber dann sind sie zu uns gekommen. Das war dann... Ja. Beläht sie den Überladewagen? Ich glaube, der LKW ist voll. Ja, natürlich belade ich den Überladewagen. Ach so. Zu wen wollen sie? Zu den Besten, der Besten, der Besten. Aber die waren nicht da. Die haben heute frei. So, dann fahre ich in die Ecke, wie schon mal weg hier. Upe geht, gib mal Licht. Was? Nö. Irgendwas sucht unser Feldheim. Wir sind überall solche gelblichen Ködel auf dem Feld. Ja, guck mal schön. Ich fahre hier mit 70. So. Und... ...alles abladen hier. Schön ins Silo rein. Aber zum Ende habt ihr euch nicht mal viel Mühe gegeben, das Feld Orten nicht abzuahnden. Kann das sein? Doch. Weil da so Schlängelinien jetzt nur noch im Heu liegen. Wir wollten dir ein bisschen Arbeit verschaffen. Ach so. Ja, das war der Plan. Ich will wieder eine Gehaltserhöhung. Das kommt ganz schön oft. Du hast jetzt schon gerade eine gehabt. Das war nur Inflationsausgleich. Inflationsausgleich. Warum rutscht das Schneidwerk da runter? Das ist ja echt ätzend. Das weiß ich nicht. So. Dann wollen wir wieder weiterladen hier. Gucken, was wir noch reinkriegen Ohne Rückspiegel ist es aber auch schwierig hier So, das müsste jetzt die letzte Bahn sein Da müsste ich eigentlich alles fertig haben Ja Sieht jedenfalls so aus, wenn jetzt nicht noch drüben irgendwas liegt Wird ja auch mal Zeit Echt mal Wenn ihr nur so einen billigen Traktor kauft Kann ich ja nichts dafür Er hat doch nicht mal Raupenfahrwerk Damit wirst du auch nicht schneller vorankommen Sieht auch cooler aus Ja, stimmt ein bisschen Das Auge arbeitet mit, weißt du doch Ja Da ist auch wieder was dran Na toll Man ist fertig und hat aber noch 50% vom nächsten Ballen erst fertig Ja Das ist nicht so schlimm Ne, das sind wirklich alle weg Wunderbar Kann ich wieder rumrasen Ihr müsst ja den Autostack noch Die ganzen Ballen noch aufsammeln wieder Ja, deswegen kann ich ja jetzt rumrasen Ah, okay Braucht doch keine Geschwindigkeitbegrenzung Ne, stimmt, die brauchst du da nicht Ah, da ist doch noch eine Bahn So eine Viertelbahn Jedenfalls an der Ecke So ein bisschen was Doch was übersehen Naja, du siehst ja Wenn du ganz nah dran bist Das ist ja das Problem Ja, stimmt So Noch ein bisschen Weizen abladen Äh, Gerste So hat mir die LKW jetzt immer geparkt Bitte? Wo hat mir die LKW denn immer geparkt? Die überlege ich jetzt gerade Haben wir an der Seite irgendwo Ach ja Ach nee, der LKW selber in den Lagerhallen In der Lagerhalle, ja Ja Den Anhänger hat man nur irgendwo in Ecke gestellt Richtig Wieso sind denn die komischen Schwarzen Anhänger vom Holzzeug denn hier rumgeflogen? Das weiß ich nicht Rumgeflogen? Ja Ich weiß nicht Ah Oh, bei mir hat es gerade geleckt ein bisschen Ach nee, kann jetzt ja gar nicht Mist, ich habe mich in der Wand, glaube ich, festgefahren hier Nee, doch nicht So Dann parken wir ihn nochmal wieder hier Wo ist denn was rumgeflogen hier? Ich sehe nichts Ja, bei den Wieso brennt beim Scania Truck noch das Licht? Keine Ahnung, kurz davon war da drin Echt? Ja Nee, nee, ich war das nicht Weil hier die schwarzen Anhänger, wo man das Holz drauf lädt Ja Genau wie der Kahn, die sind alle irgendwie rumgeflogen Okay Komischerweise, naja Das sieht wohl am Mod Also ich war es jedenfalls nicht Ich würde nicht glauben Ich würde nicht glauben Nee, stimmt Würde ich auch nicht Jetzt muss ich doch nochmal raus, weil den Scania mist Na schade, das Stückchen hat doch nicht erreicht, um den Ballen fertig zu machen Na, hätte er klappen können Ja, ich versuche was wert So, ich muss hier noch immer noch einparken hier Ja, es ist weitergefahren, oh, ich bin schon vorbeigefahren beinahe Gucken, ob die Ballen noch stehen oder ob sie umgefallen sind Na, die stehen bestimmt noch Wir fahren jetzt eigentlich wieder rein, sind wir noch, ne? Ja Also das ganze Mähzeug brauchen wir ja bei Feld 20 gleich Aber vorher müssen wir häxeln Ja Also brauchst du es nicht wegfahren, wie gesagt Wenn wir häxeln wollen Wir werden jetzt erstmal häxeln und danach müssen wir mähen Dazu brauche ich einen Z-Kreis aber nicht Aber beim Mähnen brauchst du ihn doch Ja Wo fahren wir hin, Feld 20? Feld 20 müssen die Dinger alle hin Ähm, wir häxeln aber jetzt erstmal Deswegen brauche ich jetzt einen, der jetzt mit mir mitfährt Ja, ich komme eben Oder willst du was machen? Wie dann? Ich bin noch mit wichtigen Arbeiten beschäftigt Okay Ich muss noch die ganzen Ballen einsammeln und dann abliefern Danach vielleicht Aber es wird mindestens noch eh eine Ladung, denke ich mal Okay Ähm, häxeln, häxeln, häxeln Können wir das, ach dann brauchen wir die anderen wieder, ne? Ähm, der Überladewagen ist schon hier oben Ist der schon oben? Danach brauchen wir dann die Häxel-Anhänger Also, muss Häxel gut reinkommen Der Bergmann und so'n Kram Ähm, da ist der Krone Ach, da ist der Bergmann Den grünen, ne? Dann hole ich uns den mal eben Dann komme ich mit der Doppelbereifung So, ja, das Häxel machen wir im nächsten Part, würde ich vorschlagen Genau Sehr schön Dann gibt's den nächsten Part eine schöne Hexe-Aktion So Also, ja Bis zum nächsten Mal Ja, bis zum nächsten Mal Achso, genau Und wenn das Video gefällt, dann natürlich Daumen hoch Und, äh, abonnieren nicht vergessen, ne? Ganz wichtig Na, 1000 Abonnenten, äh, gibst dann mich im Bikini Oder so Ne? Was die Welt hoffentlich nicht sehen will Ja, wenn wir ganz schnell 1000 und 1 haben, dann überleg's mir nochmal Aber nein, äh, 1000 1000, 1000 brauchen wir Irgendwie wie eine Drohung Nein, nein, das ist, äh, nur eine Ankündigung So, also bis zum nächsten Part